Ich handel mit der Zukunft des Planeten. Ich bin ein notwendiger Systemschock. Ich verkörpere die menschlich gesteuerte Evolution. Kugelsicher. Übermenschlich. Wer zum Teufel sind Sie? Der Böse. Die Mission ist aufgeflogen. Wir brauchen Hilfe. Der Name unserer Zielperson ist Brixton. Er ist ein Phantom. Wir brauchen die besten Männer für den Job. Luke Hobbs. Ich bin wohl das, was die Leute als Arschtretter bezeichnen. Ex-DSS. Ihm kann niemand entkommen. Und wir müssen außerhalb des Systems agieren. Deckard Shaw. Mich könnte man als Luxusproblem bezeichnen. Britischer Ex-Agent wurde kriminell. Kein guter Teamplayer. Wenn wir eine Chance gegen Brixton haben wollen, müssen sie zusammenarbeiten. Auf keinen Fall. Der Typ ist ein echtes Arschloch. Und dann hat er nicht mehr Conservation oder die Gegner verbringen. Und das ist der Typ. verbật. Ich will ein U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Hobbs und Shaw. Sie wollen Krieg? Den können Sie haben. Wisst ihr noch, wer ich bin? Auf drei, sicher, eins, zwei, drei. Drei Stromstöße führen zum Tod. Du vermisst der Fisch und Chips hier vielleicht. Du musstest ja unbedingt deine Klappe aufreißen. Ja, ich dachte, ein cooler Spruch wäre angebracht.